Ah, jetzt bin ich's! Okay. Ja Leute, wir sind jetzt auf dem Weg, also beziehungsweise wir sind halb auf dem Weg. Sie hat mich gerade abgeholt und wir sind erst mal zweimal irgendwie aneinander vorbeit. Das ist so dumm. Sie kommen gerade von der Schule, ich komme von der Arbeit. Und wir haben auch erst so eine Woche vorher bemerkt, ja, wir arbeiten fünf Minuten auseinander vorbeit. Ich wusste das die ganze Zeit und das ist einfach dumm. Halt die Schnauze. Und sie sagt so, ja, lass dann Niedeltreffen. Ich glaube erst mal zu Aldi. Hallo. Du bist gerade abgeholt. So, wir sind jetzt mittlerweile in Leipzig und jetzt fahren wir nach Mark-Clenenberg-Gasslitz. Genau, weil da unsere Ferienwohnung ist und ja, ich denke, es ist eine Wohnung. Ja, aber keine Ferienwohnung. Das ist eine Ferienwohnung. Hier ist eine große Schnauze. Wir sind gerade am Fertigmachen und ich glaube wir haben halb neun oder so. Ich muss meine Wig noch ein Stück weiter runterziehen. Ja, die rutscht immer hoch. Was für ein Scheiß. Oh, Kiddies. Es ist voll gutes Wetter draußen. Es ist voll schön. Es geht jedenfalls gleich los. Doofi, doofi. Wow, okay. Oh mein Gott. Wow, ich fahre erst mal von der Treppe runter. Ganz voll motiviert. Ja, voll ging's nicht. Laura, wo bist du? Hier. Jetzt darfst du was sagen. Was soll ich sagen? Sie so, äh, glockst du dieses Jahr. Ja, wir haben noch nicht so viel gefilmt, aber. Wir machen gerade Pause. Ja. Geschenkertunnen hier. Hello. Die Sonne blöbt jetzt. Die war's. Die ist jetzt einfach mal wieder zu irgendwelchen Leuten abgehauen. Und keine Ahnung, warum ich vlogge, ich weiß es nicht, wie sie hat es gesagt. Welcher denn? Welcher denn? Welcher denn? Welcher denn? Beschreib ihn. Der mit der Rose in der Hand. Mit der Rose in der Hand. Findest du den sexy? Nee, da ist einer. Da vorne. Ja, das war's. Ja, ich sehe ihn. Da oben ist einer mit der Rose. Ja, und da auch. Ja, und da unten? Nee. Ich krieg auch. Was für eine Scheiße. Ich fühl mich, dass ich was ausführe. So, wir haben hier direkt Schafe. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Messen. Es ist... 8.43 Uhr. 8.43 Uhr. Sonntags gehen wir immer ein bisschen früher. Aber das heißt immer, die sind zum ersten Mal da. Oh doch. Sie ist da. Und wir geben noch die Koffer ab und dann mal gucken. Tschüss. Tschüss. Also wie gesagt, wir müssen gleich rein und dann Koffer angeben. Und dann gehen wir noch ein bisschen an. Und dann Bilder machen und keine Ahnung, was dann so da geht. Das war's. Willst du auch was sagen? Nein. Ebi, willst du was sagen? Mäh. Mäh. Okay. Okay. Leucht. Es ist einfach ein Video. Es leuchtet. Es ist einfach ein Video. Es ist einfach ein Video. Es leuchtet. Leuchtmaske? Ja. All right, all right. Ich glaube, ich beende das Cosplay jetzt sofort. Oh my God. Ich würde dann lieber so ein Reispelchen nehmen. Was? Ich würde lieber so ein Reispelchen nehmen. Reispelchen? Okay. Wir machen gerade Pause. Da ist Angie. Wir haben alle diese Mützen. Winken. Mach die Mützen winke. Winke, winke. Okay. Keine Ahnung, was die sagen sollen. Mir wurde nur aufgegeben zu vloggen. Winke, 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 winke. Was? Lässt du die jetzt oben? Ja. Okay. Mach das. Hier laufen ständig ganz viele Menschen vorbei. Manche haben coole Cosplays. Manche sind viel hier. Und manche haben so halbe Cosplays. Das ist auch cool. Ja. Da ist ganz viel Merch. Aber man hat nie genug Geld dabei, um sich alles zu kaufen, was man haben will. Ja? Ja? Können wir davon ein Lied singen? Naja. Ja. Ja, die Lied schon. Yay! So. Und ich habe Flauschig gekauft. Flauschig. Freust du das? Ist das nicht Flauschig? Es ist Flauschig. Hm. Ja. Wir gehen gleich. Das war's nicht so gut. Das musst du erst mal dazu sagen, ne? Ich sag das wie, das ist immer am lustigsten. Ha! Es ist besser geworden. So, ich weiß nicht, wie viel die anderen geblockt haben. Auf jeden Fall sind wir jetzt mit der Con durch. Hier seht ihr nochmal die Con. Wunderschön. Ich muss sagen, Fazit, Samstag haben wir nicht viel gefilmt, weil alles drunter und drüber gegangen ist. Sonntag, muss ich sagen, war aber wunderschön. Und wir fahren jetzt noch zu Megis und dann geht's heim vier Stunden. So, wir sind jetzt draußen. Und ich filme jetzt Lisa, wie sie es selbst filmt. Richtig lustig. Leute, baden verboten, das kann recht nicht sein. Ich wollte jetzt reißen. Tja, fesch. Würde ich mal sagen. Heeeeee. Also, es läuft immer noch. Und dein schönes Baden verboten war drauf. Ich hab grad bein dagegen gelaufen, weil ich... Tja, bist halt ein Blindfisch. Wir warten jetzt auf Kevin. Wuhu. Und Emilia. Ah, und Emilia auch. Gut. Dann bleiben wir mal hier sitzen und warten. Bye, bye. Wir haben sie da hinten irgendwie abgehängt. Man sieht sie nicht. Egal. So, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video seht. Wenn es irgendwann online kommt. Bis dran. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Wir rennen extra weg. Nein. Nein. Oh nein. Oh nein. Bye, bye.